Ich begrüße den designierten ORF-Generaldirektor Roland Weissmann jetzt hier bei mir im Studio. Guten Abend, herzlichen Glückwunsch und danke fürs Kommen. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Herr Weissmann, die bürgerliche Presse schreibt, Ihre Bestellung war eine ausgemachte Sache. Der Standard meint, Sie stehen unter dem Generalverdacht eines türkisen Favoriten. Die Krone schreibt von Misstrauensvorschuss. Die Tiroler Tageszeitung hat sie sogar den Thomas Schmidt des ORF genannt. Fürchten Sie nicht, dass Ihre offenkundige ÖVP-Nähe und die Art, wie Sie bestellt worden sind, der Glaubwürdigkeit des ORF schaden kann? Also ich möchte mal festhalten, ich bin mit einer breiten Mehrheit heute gewählt worden. Nicht nur von einer Fraktion, sondern von drei politischen Fraktionen, von Unabhängigen und von Betriebsräten. Insgesamt 24 Stimmen. Das ist tatsächlich mehr als sozusagen von einer Partei. Ich war ja auch nie der Kandidat einer Partei, sondern der Kandidat für ein Amt. Ich habe mich bei allen Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten beworben und habe dann doch mit 24 Stimmen von 35, glaube ich, ein ganzes respektables Ergebnis erzielt. Entschuldigung, aber Sie waren natürlich der Kandidat einer Partei, nämlich der ÖVP, der Medienbeauftragte des Kanzlers, hat ganz massiv bei den Stiftungsrätinnen Werbung für Sie gemacht, der Chef des ÖVP-Freundeskreises auch. Und Sie wurden heute entlang der Parteigrenzen ganz exakt gewählt. Alle ÖVP-Stiftungsräte, alle ÖVP-Nahen und alle Grünen. Also genau die Regierungskoalition plus eine Stimme des durchaus umstrittenen Stiftungsratsvorsitzenden von Norbert Steger von der FPÖ. Ich kann es nur noch einmal wiederholen. Ich bin mit einer breiten Mehrheit heute gewählt worden, über die Fraktionsgrenzen hinweg, von Unabhängigen und von Betriebsräten. Also ich glaube, das Ergebnis spricht es sich selbst. Sie haben immer wieder an Sitzungen des ÖVP-Freundeskreises, also der ÖVP-Fraktion im Stiftungsrat teilgenommen. Sie haben gesagt, das ist ganz normal. An wie vielen Sitzungen von anderen politischen Freundeskreisen haben Sie denn teilgenommen? Also ich führe tatsächlich, so wie andere Mitglieder des ORF-Managements, immer wieder Gespräche mit Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten. Wenn ich wo eingeladen werde, komme ich dorthin. Es gibt viele Punkte aus ORF-Sicht, die man bei den Stakeholdern und bei den Stiftungsräten platziert. Übrigens machen das auch meine Mitbewerberinnen und Mitbewerber, soweit ich das mitbekommen habe. Insofern ist es ganz normal, dass man mit denen spricht. Wichtig ist nur, es hat nie eine Absprache gegeben. Meine Frage war aber, an wie vielen Sitzungen von anderen Freundeskreisen im Stiftungsrat außer der ÖVP haben Sie auch teilgenommen? Also ich habe sehr viele Gespräche geführt, auch mit sogenannten anderen Freundeskreisen, mit Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten jetzt kurz vor der Wahl, aber auch schon Monate davor. Es ist ein regelmäßiger Austausch. Man muss sich das so vorstellen, es gibt ganz wichtige Punkte. Wir kämpfen für eine digitale Novelle des ORF-Gesetzes. Wir haben das Thema der Streaming-Lücke. Also es gibt sehr viel, wo man die Stiftungsräte und Stiftungsräte überzeugen möchte, aber auch andere Stakeholder. Insofern ist es ganz normal, wenn es hier Gespräche gibt. Warum spricht denn eigentlich die SPÖ von einem abgemachten Deal und die FPÖ gar von einem türkisen Putsch und dem Machtrausch der ÖVP heute im ORF? Also insgesamt ist es so, dass die letzten Wochen schon gekennzeichnet waren von einem gewissen Spektakel. Ich bin der Meinung, das Spektakel ist mit der heutigen Wahl vorbei. Jetzt sollte man uns wieder darauf konzentrieren, worauf es ankommt. Es geht um ein Unternehmen mit einer Bilanzsumme von rund einer Milliarde Euro. Es geht um knapp 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und um drei Millionen Gebührenzahlerinnen und Gebührenzahler. Darum geht es und um nichts anderes. Die Grünen haben ja lange darüber diskutiert, ob sie für sie stimmen sollen, weil sie doch so heftig von der ÖVP favorisiert wurden. Jetzt letztlich haben heute alle grünen Stiftungsrätinnen Sie gewählt, weil sie dafür zwei der vier Direktoren vorschlagen durften in Ihrem Team. Welche Zusagen haben Sie denn noch gemacht für Ihre Wahl? Also da wissen Sie mehr als ich. Ich habe mich mit niemandem abgesprochen, wie ich mich entschieden habe, für die Position des ORF-Generaldirektors zu bewerben. Habe ich nicht gemacht. Wie gesagt, es ist sehr viel spekuliert worden in den letzten Wochen. Das zählt auf jeden Fall ins Reich der Spekulation. Die Grünen haben keine Zusagen? Von mir nicht. Interessanterweise sagen grüne Verhandler was anderes. Das wurde nicht nur mir erzählt, sondern auch vielen anderen Journalisten, die heute darüber berichten. Ich kann nur sagen, ich habe mich im Rahmen meiner Bewerbung mit niemandem abgesprochen. Ihr Konzept für den ORF unterscheidet sich inhaltlich nicht wesentlich von dem, das Alexander Wrabitz vorgelegt hat. Warum sind Sie eigentlich gegen Wrabitz angetreten? Was können Sie besser? Es ist jetzt gar nicht die Frage, was jemand besser kann. Es ist so, dass ich seit mittlerweile 25 Jahren im ORF arbeite. Ich war Journalist, bin jetzt Manager und habe mich seit mehr als einem Jahr mit vielen Fragen der Digitalisierung beschäftigt. Das, was ich gemerkt habe, ist, der ORF ist ja mit seinen linearen Produkten im Radio und im Fernsehen sehr, sehr erfolgreich. Und das wird auch noch lange Jahre bleiben. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das, was wir brauchen, ist, wenn wir uns der Digitalisierung nähern wollen, und das ist ein ganz klarer Fokus in meiner Bewerbung, dann müssen wir mit einem Umbau beginnen, mit einem digitalen Wandel. Und ich habe mir ein Konzept überlegt dazu und glaube, dass ich sehr glaubhaft diesen digitalen Wandel im Haus werde umsetzen können. Es wird bei Ihnen keine Informationsdirektion geben. Sie haben in Diskussionen gesagt, ich zitiere, Die Information ist der sensibelste Bereich des ORF, das ist Chefsache. Sollte die Information, gerade weil sie so sensibel ist, wirklich die Sache eines Chefs sein, der der Kandidat der Regierung war und der auch zum Beispiel für das neue ORF-Gesetz immer wieder etwas von der Regierung braucht? Also, noch einmal, ich bin nicht der Kandidat der Regierung. Ich bin ein unabhängiger Kandidat für eine Position. Das ist immer das Erste. Das Zweite ist, ich habe mich orientiert an der Aufstellung der vergangenen fünf Jahre. Die ist ja viel kritisiert worden. Ja, aber ich glaube, und dass ich heute hier sitze, ist ja ein Zeichen dafür, der öffentlich-rechtliche Journalismus funktioniert. Und ich glaube schlicht und ergreifend, dass die Aufgabe des Generaldirektors sein wird, die Rahmenbedingungen für eine unabhängige Redaktion, eine künftige multimediale unabhängige Redaktion zu schaffen. Sie kennen das, aber für das Publikum, die Chefredaktion ist weisungsfrei. Alle Redakteurinnen und Redakteure sind weisungsfrei. Daran wird sich nichts ändern. Aber die Chefredaktion werden Sie einsetzen? Ja, aber in der Sache ist es so, dass die Chefredaktion weisungsfrei ist. Übrigens so auch wie alle Redakteurinnen und Redakteure. Und darüber hinaus wird es, so wie es immer war und auch künftig sein wird, ganz objektive Ausschreibungskriterien geben. Und dann auch wird ausgeschrieben. Der ORF braucht ein neues Gesetz, haben wir schon mehrfach besprochen. Unter anderem, weil ja viele Online-Beschränkungen nicht mehr zeitgemäß sind. Zum Beispiel das, was viele, viele Zuseherinnen und Zuseher stört, dass die meisten Sendungen nach sieben Tagen aus der DVD genommen werden müssen. Was das Publikum aber am meisten betreffen würde, wären ORF-Gebühren auch für reine Online-Geräte. Nur, dass man es versteht, bis jetzt muss man ja keine GIS bezahlen, wenn man die ORF-Programme nur am Handy oder am Laptop oder am iPad anschaut und nicht mit Fernseher- und Radiogebühr, soll sich das ändern. Konkret gefragt, soll es in Österreich eine ähnliche Haushaltsabgabe geben wie in Deutschland, unabhängig vom Gerätebesitz? So wie die vergangene Geschäftsführung werde ich mich auch künftig dafür einsetzen, dass die sogenannte Streaming-Lücke, das ist das, was Sie gerade beschrieben haben, geschlossen wird. Ganz klar, das, was es nicht geben soll, ist eine sogenannte Händesteuer. Das schließe ich aus. Aber insgesamt bauen wir unsere Angebote im Streaming aus. Und da ist es ja nur logisch, dass wir dann dafür auch gerne Gebühren hätten. Weil das Publikum bekommt sehr gutes, qualitatives Programm dafür. Es gibt trotz hoher Quoten ja doch auch immer wieder viel Kritik am ORF-Programm. Zu viele amerikanische Serien, zu viel Formel 1, anderen zu wenig Sport, zu viele Wiederholungen und so weiter. Ihrer Meinung nach als künftiger Generaldirektor, Welche Sendungen braucht der ORF nicht mehr? Und welche Sendungen, die er jetzt noch nicht hat, braucht er ganz dringend? Also ich bin angetreten als Teamplayer. Ich werde mir ein künftiges Team zusammenstellen. Natürlich ist es die Frage, wie man budgetär künftig auskommen werden. Aber diese Fragen werde ich auf jeden Fall mit meinem künftigen Team besprechen. Woran wird man denn in fünf Jahren messen können, ob Sie ein erfolgreicher Generaldirektor waren? An höheren Quoten wird das Publikum im Durchschnitt jünger sein als heute? Wird es mehr Chefredakteurinnen geben als heute? Wird es mehr ModeratorInnen mit Migrationshintergrund geben? Woran wird man Sie messen können? Alles zusammen, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Insgesamt bin ich angetreten mit dem Slogan, wenn man so will, wir müssen digitaler werden, wir müssen jünger werden, wir müssen diverser werden. Das ist mein Ziel, das in den kommenden fünf Jahren zu schaffen. Und wir müssen mindestens die gleiche Relevanz haben, die wir heute haben als ORF. Wir sind sehr relevant, aber das ist unser Auftrag für die Zukunft. Der längst gediente Generalintendant war Gerd Bacher und der hat auf die Frage nach seiner Lieblingssendung im ORF immer gesagt, das Betthupferl, das gibt es jetzt nicht mehr. Was ist denn Ihre Lieblingssendung? Also ich bin tatsächlich ein Info-Junkie. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier sitze, aber natürlich die ZIB 1 und die ZIB 2 gehören eigentlich zu meinem täglichen Nachrichtenkonsum. Ich stehe auf mit dem Ö1-Morgensjournal, höre dann den Ö3-Wecker und natürlich regelmäßig die blauen Seiten, also sozusagen ich bin sehr an News getrieben. Und darüber hinaus habe ich mich natürlich besonders gefreut über die tollen Quoten bei der Fußball-Europameisterschaft, die ESP in den Olympischen Spielen. Und ich freue mich genauso natürlich jetzt auf die neue Staffel der Dancing Stars im Herbst und das Finale der Vorstadt Weiber Anfang 2022. Sagt der künftige ORF-Generaldirektor Roland Weissmann, das Gespräch haben wir als Termingründen am frühen Abend aufgezeichnet und gekürzt. Wie viele Frauen Roland Weissmann für sein Direktorium verspricht, warum er von Gebührenanpassung und nicht von Erhöhung reden will und welcher ORF-Chef sein Vorbild ist, das können Sie gleich nach der Sendung in der DVD gesehen und im ZIB 2 Podcast hören.